Heute mal ne kleine Runde Hide and Seek, aber wie kommen wir auf die Hide and Seek Map? Äh, ich glaub das hab ich durchgeschaut, aber ich will erst mal wissen was da oben ist. Ich auch. Das darf nicht mehr. Also ingeblich ist das eine Hide and Seek Map. Das heißt einer... Ja, die bekannten Regeln. Unigames. Hm? Hier kann man Bowling gehen. Okay. Na dann. Ja, ich seh ne Couch. Die Regeln von Hide and Seek sind ja eigentlich bekannt. Also... Wuhu, Strike! Ja, die sollte jeder seit dem Kindergarten kennen. Yay, ich renne einfach mit Kugeln rein. Yay, eine Neuner. Ja, gut, ich denk mal wir gehen mal auf die richtige Map. Ja. Gehen wir davon aus, dass das irgendwas mit diesen Launchpads gedöns da ist. Wie kommen wir da denn hin? Vor allem, wer ist der erste Sucher? Äh... Ich denk mal wir machen drei Runden, oder? Wenn du schon so fragst, dann kannst du mich einfach mal anzusuchen. Ja, dann bleib ich direkt hier und ihr geht rein. Ähm... Was ist... Wie... Wo... Wie gehen wir denn rein? Achso, hier. Ja. Ui! Ui! Okay, ich würd sagen... Jetzt sind wir alle an verschiedenen Orten, oder was? Mhm. Ja, drei Launchpads in drei verschiedene Richtungen. Seit, äh... Ich würd sagen... 30 Sekunden, oder? Okay, dann fang an zu zählen. 30 Sekunden. Moment, ich stell mir einfach nen Timer. Ohne das. Und los. Meine Insel ist ziemlich klein, also... Äh... Hier gibt's nicht viele Möglichkeiten zum Verstecken. Äh, äh... Ich mute mich mal währenddessen. Okay. So. Nom, 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 nom. Der Kotjord. Nom, 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 nom. Äh, die Map ist hart. Also, ich weiß nicht mit wieviel... Von mit wieviel Spielern das diese Map rechnet. Okay. Ja, da würds dir sofort... Schwer haben... Empfinden. Okay, ich bin ja nicht versteckt, also... Ja, ich auch. Ich denk hier findet man mich nicht. Wenn ich dann muss halt nochmal wegrennen. Also... Na ja, hab mir ne Position gesucht, wo ich dann noch ein bisschen gucken kann. Ich nicht. Ich bin da rein hier. Spannung, Spannung, Spannung! Ja, ich nehm mal das Rote. Wo fliegt der wohl hin? Wiii! Er fliegt zu mir. Natürlich! Das Rote war meins. Ich hab ja ge... Mhm. Und die Insel ist ziemlich klein. Drei, zwei, eins... Jetzt! Ja. Hast mich nicht gefunden. Wo warst du? Hier war ich. In der Höhle. Hier. Was? Ich komm grad raus. Hier ist so ne kleine Höhle. Das ist ne ganz kleine Höhle. Ich komm mal rüber. Hier. Da war ich drun. In so ne kleinen Höhle. Hä, ich... Ich seh dich jetzt immer noch nicht. Beschreib mal... Ich komm grad raus. Ich komm grad raus. Ich komm grad raus. Spazier. Ups! Ja, schön, dass du rauskommst, aber ich seh dich nicht. Hier. Siehst mich noch nicht? Nein! Hallo! Hier bin ich... Steh auf, du kleiner Babschak! Ah! Jetzt bin ich runtergefallen. Ähm... Du kannst es ja in meinem Video dann sehen. Ich bin jetzt am Startpunkt. Hm. Ach da, okay. Prof kommt zurück. Ja, ich komm gleich zurück. Ich lande eh im Wasser. Wir machen jetzt den Startpunkt. Wir können uns doch direkt verstecken, oder? Na dann. Du als nächstes. Zwerge. Nein, wir fangen an hier an. Ne, ich such jetzt. Ja. Ja. Ihr versteht euch. Ihr versteht euch. Sobald wir unten angekommen sind, starte zu dem Timer. Okay. 30 Sekunden. Ich hab mich jetzt noch nicht gemutet, aber... Oh nein, verdammt, ich falle. Ja, schön. Hallo? Ich hab, denke ich, was relativ okayes. Okay. Dann starte ich den Timer auf 10 Minuten. Ja. 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Ich hab ein hübsches Eck so zum Start versteckt drin, also fast. So, 10 Minuten läuft und ich bin unterwegs. Ich such euch, ich such euch. Ich find euch. Hm. Du kannst dich zumindest bewegen. Jo. So. Hopps. Ein Mauer Slice Portal. Da ist der Modi gerade lang gehüpft. So wie ich es gesehen habe. Huha. Schon runtergefallen. Wow. Also Spoiler. Ich hab dich grad ziemlich deutlich gesehen. Aha. Dann weiß ich ja, dass du ganz in der Nähe bist. Na dann. Ja. Huih, da fliegt er. Da fliegt er. Da fliegt er. Da ist er. So. Willkommen. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Ich suche. Und ich finde. Und ich finde. Und ich finde. Das mit dem Finden sehen wir dann. Ja. Hier ist er nicht. Hier ist keiner. Du hättest mich jetzt hören können. Mhm. Ich hör dich ja. Das ist eine sehr passende Musik. Mhm. Ich mach hier grad was, was mich wahrscheinlich umbringen kann. Okay. Ich hänge offensichtlich, aber unoffensichtlich. Übrigens, wenn dieser Part online kommt, dann ist der 26. Dezember. Also, 2. Weihnachtswertag. Ah. Frohen 2. Weihnachtswertag. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Den Zuschauern. Mal gucken, wo wusel ich jetzt hin. Hm. Ich bin fasziniert. Dann sei mal fasziniert. Aber nur fast. Okay. Hier ist er nicht. Der Modi. Versuch ich mal weiter. Ja. Die Tür von der Butze ist offen hier. Von der. Von der Booter. Auf der. Also, ich sag mal so. Wo ich bin, ist Kai. Ist nicht unbedingt ein Versteck. Mhm. Und du stehst einfach ganz offen in der Landschaft rum. Und ich bin schon an dir vor eingetroffen. Ich tarne mich als Baum. Beide Arme nach links und rechts, die ausgestreckte Teepo. Ja. Ja. Ne, am besten wär's. Der hat uns ja gezeigt, wenn du Teepost, dann bist du unbesiegbar. Ja. Mhm. Zumindest laut YouTube Thumbnails. Ich hätte echt nicht in die Trends schauen sollen. Also, am besten wär's, wenn du, wenn du dich einfach am Startpunkt verstecktest und einfach dort stehen bleibst, dass du... Ja, ich bin... Im Gebäude hinter dem Startpunkt. Ja. Ja, ich bin grad Bowling. Ja. Ich bin schon ein Teil vorbeigelaufen und hab dich nicht gesehen. Ja. Mhm. So. Na komm, den Modi, den musst du doch finden. Das ist doch jetzt hier. So, wollt nochmal gucken. Man kann mich sehr deutlich sehen, wenn man drauf achtet. Mich nicht. Gerade. Ich achte aber nichts drauf. Kannst du mich denn sehen, Modi? Äh, momentan suche ich nicht danach, aber wahrscheinlich schon. Ja, verdammt. Ich fall dir hier gleich schon wieder auf. Alter, aber das, wo ich bin, ist schon zeitweise echt fies. Also, ich geh ja gerade ganz nach oben, um hier irgendwie mal einen Ausblickpunkt zu haben. Ach, an der Stelle bist du? Ich kann nicht von oben hier irgendwas sehen. Hm, er ist auf dem Turm. Ja, er ist auf dem Turm. Und ja. Das dachte ich mir. Ich seh aber keinen. Der Prof findet's lustig. Ach, das sag ich nicht. Bin ich ganz in deiner Nähe, oder was? Nicht ganz. Nur auf derselben Höhe. Ah, ja. Da weißt du ja schon, wo ich dich finden kann. Also für die nächsten 10 bis 20 Sekunden vielleicht, aber... Mhm. Wir haben fast halbzeit. Ich geb mal den Tipp. Der Turm ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wo ich bin. Also weit unten. Ich springe. Ich springe. Also ich bin... Ich bin zumindest auf einer Ebene. Ich geh mal rüber. Ich suche mal woanders. Der Prof war wohl gerade auf der gleichen Ebene. Der Prof war wohl gerade auch weit oben. Okay. Das war dumm. Gestorben? Nicht ganz. Sagen wir es mal so. Okay. Jetzt doch. Der Beste wieder am Startpunkt. Achso. Ich dachte, du hältst dich irgendwie unter Wasser fest oder so. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt auch sterben. Dann hab ich dich gefunden. Wenn ich jetzt auch sterben, dann hab ich dich gefunden. Ja. Jetzt eigentlich nicht mehr, aber jetzt hast du dich schon verdeckt. Und er fliegt. Wo ist der Baseballschläger? Was? Ich kann jetzt gerade nicht gucken, wo du bist, Prof. Wo du hinfliegst. Steckst du schon wieder irgendwo fest als Sucher? Ne. Ich klettere gerade wieder in den Turm hoch. Warum bist du so befessen von dem Turm? Ich hab doch schon gesagt, ich bin so ziemlich am Gegenteil. Ja, aber ich... Ja, ich bin gerade auf einem anderen Turm. Auf einem ganz anderen Turm. Wow. Wahrscheinlich in der Turm. Also ich glaube, von dem aus kannst du mich ganz gut sehen. Hm. Jetzt bin ich gestorben. Ja, ich hab dich gerade gesehen, wie du vorbeigefallen bist. Ja. Wow. Ich finde ihn geil. Was ist passiert? Ich sehe nur noch, wie er vorbeifliegt. Ich finde euch nicht. Oh, eine Windmine. Mann, also dieser Spot ist so anstrengend. Ich bin schon überall ganz nass. Mhm. Drei Minuten hast du noch. Ja, genau. Du fällst nicht runter, du kleiner Bastard. Was? Zu ihm hast du kleiner Bastard gesagt. Zu mir selbst, eben vor meiner Spiele. Soll ich bei zwei Minuten dreißig einen sehr deutlichen Tipp geben, wo man mich findet? Sehr gerne. Ich finde dich sowieso nicht. Okay. Flieg einfach mal auf die mittlere Insel. Zu dem kleinen Haus. So wie du. Ja, ich bin gerade in der Mine auf. Ich sollte mich vielleicht. Schön. Ja, zwei Minuten zwanzig hast du noch. Mittlere Insel. Okay, ich geh mich jetzt mal umbringen. Also von da aus siehst du mich deutlich. Du kannst mich auch direkt verwischen. Er ist schon wieder an mir vorbeigelaufen. Habe ich auch gemacht, oder? Das kann sein. Das glaube ich. Sag mir so, bis eben war ich am Ende der Mine. Ja. Nein. Gut, da bin ich gerade vorbeigelaufen. Da hatte ich dich ja schon fast. Da hatte ich dich ja schon fast. Du bist doch bestimmt im Kamin drin oder was. Ja, natürlich. Ich stecke im Kamin. Nee, aber ich. Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Ich stecke hier fest. Ich habe gerade im Kamin fest gesteckt. Wow. Einmal. Ich und meine Kamine. Na, wo geht's? Gucken. Ja. Wie mir Modi geraten hat, finde ich jetzt hier auf der mittleren Insel. Nächster Tipp. Ich war mehrfach in deinem Bild. Das sehe ich dann wahrscheinlich im Schnitt. Mhm. Zoom. Tu mir einen Gefallen und zoom einfach mal richtig deutlich rein an den Stellen. Wenn ich dich im Schnitt sehe, dann zoome ich mich ordentlich ran. Ich werde hier an der Position bleiben die nächsten 50 Sekunden. Dann siehst du mich. Ich sehe dich einfach während der Aufnahmen nicht. Und während des Schnitts denke ich mir die ganze Zeit, ach scheiße. Verdammt. So funktioniert das mit Versteckenspielen. Das wird so sein. Ich sehe es im Schnitt dann immer 50 Mal, wie ich an euch vorbeilauf. Mhm. Das ist... Jut, ähm... Ich bin jetzt wieder in der Müller. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ende. Tja. Hihihi. Sag's mir Dings. Das war aber nichts. Ich stehe grad wieder auf dem Einturm. Ich zeig dir jetzt... Ich zeig dir jetzt, wo ich bin. Oh, das ist mein Timer. Ja. Flieg nochmal auf die mittlere Insel und bleib dann stehen. Dann launch dich mal rüber. Ich versuch's. Ich sehe mit der Insel. Ich komme. So. Das sieht... Da kommt der ja rein. Okay, stopp. 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 Dreh dich mal. Ja. Genau so. Nein. Nein. In Richtung von dieser komischen Brücke oder Holzding. Ah. Ich sehe einen Prof. Ja gut. Komm mal hinter dem komischen Holz vor. Da. Ein Prof. Ja. Ja. Genau da. Umdrehen. Ganz genau. Wo bist du? Da. Ja. Ich häng hier unten. Da ist er. Wow. Das ist ein Arsch. Ich hab dich bestimmt auch einige Male im Video gesehen, also im Schnitt werde ich bestimmt... Ja, ich weiß es. Ich werde hundertmal dir vorbeigelaufen sein und werde hundertmal dich im Blickfeld gesehen haben. Ich find's immer noch lustig, dass ich die Zeit hatte, zweimal auf diesen Turm zu klettern. Ich bin bestimmt auch an Modi und an Prof direkt, also mehrere Mal direkt vorbeigelaufen. Also das ist... Du bist sogar an dir vorbeigefallen. Da hab ich mich grad drunter gehangelt. Ja. Von dieser Holz-Platform. Ja. Guten Tag. Na dann. Viel Spaß. Schwer. Ich versuch mal... Na soll ich's überhaupt versuchen mich zu verstecken? Du kennst's hier mal praktisch aus, wenn ich... Oh, ich wollte grad auf deinen Launchpad drauf, Modi. Das ist jetzt traurig. Oh. Warte. Noch nicht anfangen zu zählen, Prof. Na gut. Versuch's jetzt. Ich bin runtergefallen. Ich bin übers Ziehen aus. Du bist ein Künstler. Ja. Übers Ziehen aus. Gut. Mehr Zeit für mich zu verstecken. Ja. Nur weniger Zeit für mich. Ich such mir jetzt mal einen engen Schacht. Und da quetsch ich mich mal rein. Arsch. So. Ach, da ist die Video, von der ihr die ganze Zeit geredet habt. Okay. So, ich bin jetzt auch im Game. Ich bin mein Game. Okay, Google, stell den Timer auf. 30 Sekunden. Wenn das mal klappt. Ah, erzählt jetzt schon. Aha. Google ist gut. Google Home funktioniert einwandfrei. Mit dem Ding hatte ich noch nie Probleme, wirklich. Ich geh mich verstecken. Ich hab's nicht. Aha, da oben sind Fässer. Die bieten sich doch vielleicht an. Oh, Mann. Wo kann ich mich denn verstecken, wo der Prof mich nicht findet? Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Ja, gar nicht. Er kennt die Map halt. Er kennt die Map schon. Okidoki. Was, wie? Okay. Okay, Google. Stopp den Timer. Hilfe. Ich bin geliefert. Ja, gut. Ich hätte halt vielleicht auch nicht so einen auffälligen Skin nehmen sollen. Das leuchtende Gelb, das sieht man dann doch irgendwie recht gut. Ich bin jetzt ziemlich offensiv irgendwo. Also, ich bin jetzt sehr recht zu finden. Ja, versuch mal nicht im Wasser zu hängen, sondern eine richtige Stelle zu finden. Oh ja. Unter der Brücke ist doch eine richtige Stelle. Oh, ich hab dich gerade gesehen. Wen? Wo? Oberhalb der Mine. Wen hast du getroffen? Vielleicht. Der gelbe Schimmer war eindeutig Mordi. Das ist das Hauptproblem gerade. Ich dachte, ich könnte um die Ecke außen rum, aber es geht nicht. Also, ich drehe mich gerade hier hin und her, aber ich drehe mich nicht direkt. Einer nach dem anderen. Vielleicht würde ich immer abhauen. Aber wohin willst du abhauen? Vom höchsten Punkt, einem der höchsten Punkte auf der Map. Tja. Einfach runterspringen und neu. Ja. Oh, ja. Gut. Er erkennt es nicht, dass offizielle beim Versteckspielen, wenn man selbst Mord begeht, um nicht gefunden zu werden. Ich hab Mordi Serrat gerade direkt gefragt. Ach, leckts mich doch am Mordi. Das hast du jetzt nicht echt gemacht, oder? Ich bin einfach runtergesprungen. Hallöchen. Da bin ich wieder. Ich komme angesprungen. Ah, ich sehe dich fliegen. Ich hab dich runterfallen sehen. Du kriegst nicht mehr. Ja, guten Tag auch. Jetzt müssen wir mich nur noch fangen. Ah, verdammt. Er hat mich... Das war simpel. Das war jetzt sehr simpel. Er hat mich... Hat mir auf jeden Fall sehr viel Arbeit beim Turm klettern geschaffen. Eine Minute noch. Okay, ja. Hat er dich schon gefunden, Mordi? Nee, ich glaube auch nicht, dass man mich wirklich finden kann. Das ist wieder so ein richtig fieses Versteck eigentlich. Dann hat er ja noch nicht gewonnen. Momentan steht's gleich auf, also. Also ich sehe euch jetzt gerade deutlich. Also momentan hat... Ihr lauft von mir aus gesehen gerade von links nach rechts. Also momentan hat Mordi einen Punkt. Warte, was? Oh. Ja. Momentan hat Mordi einen Punkt und Prof hat einen Punkt. Und ich habe null Punkte, weil ich keinen von beiden gefunden habe. Also von dem Sichtpunkt aus ist es eigentlich nur das. Oh. Ahoi da drüben. Ich sehe deinen Mut. Ahoi da drüben. Ahoi da drüben. Also zwei Punkte für Prof, ein Punkt für Mordi, ein Nullpunkt für Mild. Du bist sogar damit weggeschwommen. Wow. Ich weiß. Deshalb habe ich gesagt, ich bewege mich, aber ich bewege mich nicht direkt. Und der Gewinner heißt Prof. Okay Google, wie steht der Timer? Null. Acht Sekunden bei mir. Gut. Okay Google, stopp den Timer. Der Gewinner heißt Prof. Leck mich! Okay Google, stopp den Timer. Okay, ich habe festgestellt, wenn der Timer gerade losgeht, während ich sage stopp den Timer, funktioniert es nicht. Und schön, wie du mir in den Griff greifst. Ja. Es ist schon glatt erotisch. Mhm. Ich mache jetzt eine. Hat so richtig schön den Arm unter den Beinen durchgehabt. Ja. Eine Poppes Untersuchung. Ich bin erst 23, da brauche ich noch nicht so die Prostata Untersuchung. Ja. Ich tue es bei dir trotzdem. Ne danke. Ich verzichte. So, okay. Ja jetzt hat jeder mal gesucht. Na dann. Noch was? Wollen wir noch was machen? Wollen wir einen gemeinsam suchen? Suchen wir alle gemeinsam. Niemanden. Suchen wir alle gemeinsam niemanden. Ich habe da so ein Gefühl wäre gewesen. Errungenschaft. Freigeschaltet. Was? Welche? Abenteurer. Reise 25 Kilometer weit. Das habe ich schon lange freigeschaltet. Ich auch. Ich spiele dieses Spiel nicht so oft. Und sagen wir mal so, ich spiele es sehr effizient. Na gut. Und ich war jetzt schon in jedem Part mit Story. Also. Ich auch. Na ja. Ich glaube nicht. Also in einem Part. In einem oder zwei. Doch am Ende. Am Ende. Von einem. An welchen Sieb. Aber jetzt wirklich in jedem. In jedem Truman. Jedean. Zumal es. Ich pole hier gerade noch ein bisschen. Hey. Ich lege das noch mal. Na denn. Wollen wir noch. Auf die schnelle. Eine kurze andere Map machen. Wenn du noch eine hast. Ich habe jetzt noch eine andere Heiz- und Sieg-Map, aber das würde jetzt zu lange dauern. Ja komm, doch, eine Runde können wir machen. Also ohne Heiz- und Sieg, das will ich jetzt mal noch kurz spielen. Diese Map, die finde ich ganz cool. Mal gucken, ob er schon daucht. Wir machen mal Wett ran. Hier gibt es den ersten Platz, hier gibt es den zweiten Platz und den dritten Platz. Oh, die rennen, oh Gott. Das ist gut. Hier können wir sogar den Sieger kühren, wenn es vorbei ist. Den ersten, den zweiten und den dritten Platz. Jetzt zählt Wett ran. Alle in ihre Mülleimer. Ich nehme Grün. Ich nehme Grün. Ich bin im Beigen. Wir nehmen zusammen Grün. Er kommt, Leute, ihr Dank. Spring. Nicht tot, ihr läuft falsch. Ja, aber versuchen uns noch zu retten. Das will ich. Das wird nichts. Rechette mal eben die Map. Mach das. Nein, du. Wir haben die Map schon kaputt gemacht. Exquisit. Laut Checkpoint. Ja. So, jetzt an in ihre Kisten. Ab in die Kiste. Grün, 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 grün. Ich auch. Ich nehme Beige. Wir müssten verschiedene gehen. Sonst haben wir keinen Gewinner. Nee, warum? Wir brauchen einen Gewinner. Wir brauchen einen Gewinner. Und los. Okay, los. Los. Wir haben das doppelte Gewicht. Wir schaffen das. So ein Fährer. Hui. Dann geht's los. Okay. Ja, das sieht ganz danach aus, als ob ihr gewinnen würdet. Nein. Verdammt. Der Möhrer ist zugegangen. Wo ist... Was? 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 Ja, kacko. Ey, wir sind ineinander. Was passiert da? Wir sind ineinander. Ich glaube, die Welt funktioniert nicht richtig. Ja, ja. Grüne Tonne. Ich gewinne. Yay. Was zur Hölle? Was zur Hölle war da los? Was passiert bei euch? Das ist doch nicht. Und. Ich bin immer noch letzter. Ich bin aber näher am Ziel dran. Ich war aber erster da. Ich war in der Mitte aufgeschlagen, hab mich aber nicht festgehalten. Okay, wollen wir noch die andere Seite versuchen? Äh, ja. Hier gibt's noch was mit Schiffchen. Hier gibt's noch drüben. Hier gibt's noch was mit Dampflokts. Dampflokts. Dann testen wir auch alle. Hier das. Hier unten. Dann bist du auf das blaue Pad hier. Das blaue Pad. Und. Hui. Hier rüber. Komm mal rüber hier. Warum? Du kannst aber immer noch laufen. Hier gibt's was mit Schienen. Oh, juhu Schienen. Jetzt aber jeder in eine andere Lok. Sonst würde ich nix. Ich nehm grün. Ich nehm rot. Nein. Ja was denn? Geld gibt's halt nicht. Doch, Geld gibt's hier drüben. Gelb steht da drüben. Nee, egal. Ich hab jetzt grün. So, und. Und drei, zwei, eins, los. Oh. Na komm. Hops. 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 Na komm. Bewegung. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Erster. Nein, bist du nicht. Du bist nicht. Ernst da. Doch. Nein, bist du nicht. Definitiv doch. Nein. Du auch. Das ist Kacke. Tschüss. Hilfe. Ich steh hier fest. Ich bin hier am Start. Ich bin der Einzige, der es geschafft hat. Wir wollen alle. Großartige. Schiffchen? Nee, das andere hier. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Jetzt hier. Nach links jetzt. Hier. Noch ein Müllcontainer ran. Aber ich glaube, das ist das Kaputte. Ich nehme das Rote. Los. Ich nehme Gelb. Mit Hindernissen. Oh Gott. Oh Gott. Los geht's. Sollen wir es wirklich riskieren? Ja, los geht's. Wer jetzt erst da unten ist. Ich habe einen Vorsprung. Noch. Das stimmt. Ich bin Zweiter. Oh nein, ihr Torbogen. Oh Gott. Oh nein, die Statue. Oh nein. Oh Gott, ich fang an durch meine Kugel. Oh nein. Was? Ich fliege. Oh, äh, ein Torbogen. Ich fliege auf die andere Meldung. Ich bin runtergefallen. Meine Meldtwanne verloren. Ich bin wieder am Startpunkt. Ich auch. Immerhin fliege ich über Löcher einfach drüber. What the fuck? Prof kommt zurück. Wir machen nochmal einen neuen Start. Nee, Herr soll's machen. Ich muss erst mal nach unten kommen. Er soll's machen. So weit er kann. What the fuck passiert hier, wenn ich springe? Ich weiß nicht, aber ich lebe nicht bei die. Ich bin noch nicht drin. Yay. Molly, komm hinterher. Ich komme. Ich bin in der roten. Okay? Ein Torbogen. Du könntest ja nicht empfehlen auf der Seite oder fliegst du nur weg. Äh, ja. Bist du dick, Alter. Ich muss hier irgendwie. Ah, Hilfe. Alter, 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 Alter. Ja, ja. Richtung Statue. Oh, nein. Ich fliege. Hey, hey, das ist eine gute Route, die ich gerade habe. Äh, ich sehe nichts mehr. Mein Bein hängt fest. Ich sehe nichts mehr. In der Tonne. Ich gucke mir schon mal die Schiffchen an. Ich bin noch auf der Map. Was passiert da? Ich bin noch auf der Map. Gott, verdammt, ist die Scheiße, Bro. Theoretisch. Hey, ich bin gleich am Ziel. Ich bin versehentlich gesprungen. Ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin am Ziel. Ich bin am Ziel. Ich bin am Ziel. Ich komm auch. Ich bin erster. Au. Wir müssen uns am Ende auf einen Sieger einhören. Mein Bein. Alter, ich bin hier einfach Spider-Man. Mein Bein hängt. Was zur Hölle? Dieses Steuern. Und jetzt kannst du da hinten. Ich würde sagen, jetzt hintern zu den Schiffen. Äh, ja. Zu welchen Schiffen? Es gibt noch zwei. Prof ist gerade bei dem zweiten. Also ich meine zu dem anderen. Also ich meine nicht da, wo Prof gerade ist, sondern zu dem anderen, dort ganz hinter. Diese Schiffe sind sowieso sowas von dem Arsch. Warum? Prof kannst hinter. Ich habe das Steuer angefasst und daraufhin hat es angefangen, wild links und rechts hin und her zu vibrieren. Also so, dass es das Schiff verlassen hat. Klingt wie ein gutes Schiff. Ab zu den Booten. Ich bin schon da. Ich nicht. Ich muss nochmal. Ich bin daneben gekommen. Okay, ich fahre offensichtlich schon. Nein, warte auf mich. Wir müssen gemeinsam starten. Wir müssen gemeinsam starten. Na gut, ich lege mich dann einfach mal hin und gucke, was passiert. Also das Gelbeschiffchen fährt schon. Ja. Das Rote ist zu weit weg. Gleiches Rasse. Ich komme zum Ideen. Du kannst das Rote noch erreichen. Das liegt noch. Und ich bin. Das Rote ist noch niedrig genug. Ich bin aus dem Boot geflogen. Ja. Einfach mit selben Geschwindigkeit weiter. Ich bin im Boot. Und ich fliege. Und ich fliege am Ziel vorbei. Los geht's, Prof. Wettrennen. Wettrennen. Wenn du das Schiffchen sich mal bewegen würdest. Ah. Ich warte bei den anderen Schiffen. Es geht abwärts. Auf der Straße. Ein Schiff auf der Straße. Das ist keine gute Idee. Ja, bei der Straße war ich auch gerade. Das ist keine gute Idee. Warum hört ihr das Wasser einfach auf? Was zur Hölle? Das ist keine gute Idee. Dann geht das Wasser weiter. Ich habe mein Boot schon wieder verloren. Ich habe mich selbst verloren. Ich bin runtergefallen. Ich bin auf der anderen Bahn gelandet. Ich bin wieder runtergenutzt. Ich auch. Ich bin gerade auf der ersten Bahn. Ich verkehrt die erste Bahn runter. Ich hatte so viel Geschwindigkeit, dass ich am Ziel vorbei geflogen bin. Was zur Hölle ist diese Map? Die Map ist super. So, ich bin gleich mal am Ziel. Ja gut, ich fahre nochmal neu. Hui, 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 hui. Ich fahre jetzt mal ohne Mülltonne komplett. Jetzt müssen wir noch das letzte machen. Das letzte in den großen Tonnen. Ja, Moment. Ich fahre gerade noch mal das Boot runter. Oh. Die Pokale sind gerade wieder spawned. Toll. Okay. So funktioniert das ganz gut. Ich bin so... Und das Boot ist weg. Ich hab's nur noch gut wegfallen sehen. Und ich bin auf der anderen Map. Ach, ich seh nicht. Also ich würde sagen, wir machen jetzt das große hier. Mit den großen Schiffen. Ja, sofort. Ich fahre noch die falsche Map. Das wird noch nicht funktionieren. Das sind bloß leider zwei Boote nur. Ach so. Ja, dann eben 2 in 1. Ja, wenn wir im ersten Versuch, die mit diesen Booten irgendwas zu machen, haben sie einfach nicht funktioniert. Aber mal... Können wir klappen. Greifen mal an die Steuer. Kommt der Leute. Prof und modiieren das Glaube ins Rote. Ja, klar. Okay, ich glaube, ich seh's. Okay. Ich häng am Boot. Nix passiert. Häng mal ins Boot. Nix passiert. Moment, vielleicht... Oh. Man muss hüpfen. Man muss hüpfen, um es vorher voranzubringen. Das mach ich gerade auch. Ja. Oh. Okay. Okay, jetzt geht's voran. Das Steuer vibriert immer noch sehr. Meinst du nicht? Bei mir ist alles sauber. Ich kann's vielleicht einigermaßen kontrollieren. Also bei mir ist es sauber. Oh, der Steuer ist gut gerade hin und her. Ich kann's gut steuern. Ui. War ich denn? Fuck. Ich bin so hoch. Ich bin, glaube ich, vor euch. Ich bin, glaube ich, vor euch. Nein. Nein. Ich bin der Startpunkt. Was ist eigentlich hier hinten? Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. WTF, ich bin der Erste. Warum? Du bist Erster. Das wissen wir nicht. Der Schicksal hat entschieden. Auspol ist. Was? Und wie machen wir jetzt einen Soundnale? Wie komme ich da überhaupt hoch? Wahrscheinlich. Wir müssen jetzt irgendwie in den... Ah! Gibt's da irgendwie einen Modus, wo wir eine Frontalansicht gehen können? Du brauchst deinen Pokal, Puff. Den krieg ich hier nicht hoch. Moment, ich hole ihn dir hoch. Wenn sie ihn nicht runterschmeißen holen sollen. Ich hole ihn dir hoch. Ich... Ja! Ja gut, Moment, ich mach einfach einen Screenshot. Mach mal einen Screenshot, wie wir hier beide stehen und sitzen. Und machst du einen Screenshot von dir selbst alleine. Nein, das reicht ja, wenn ihr beiden zu sehen seid. Warte, mach mal einen Screenshot davon und dann geh ich runter und dann stellst du dich dahin. Dann können wir es zusammenhantieren. Wenn ich mir diese Pokale, wie die da hin und her wippen, ansehe, will ich schon irgendwie wissen, wie zur Hölle die die Gewichtsaufteilung da drin gemacht haben, dass der so dämlich in der Gegend rumwippt. Wahrscheinlich gar nicht. So, jetzt bin ich zweiter geworden. Alles im Fuß oder so. Ja. An sehr seltsamen Stellen. So, jetzt nehm ich mein Portal noch mit. Ja, offensichtlich. Ich nehm mein Pokal noch mit auf die Rennbahn. Guck dir mal den Bronstein an. Was ist da passiert beim Programmieren? Also, ich fahr jetzt noch eine Runde mit meinem Pokal hier runter. So. Hui. Mal sehen, ob der Pokal hier noch drüben bleibt. Sollten wir vielleicht mal versuchen, alle zusammen noch in einer Tonne zu fahren? Äh, also ich bin gleich mit meinem Pokal hier drüben. Ja gut, es dauert ja nur 10 Sekunden. Dann holen wir ihn uns. Yay. Äh. Äh. Die Map ist stehen geblieben. Ja. Musste ich nicht anzeigen. Gut, ähm. Dann würde ich mal sagen. Das Spiel hat entschlossen, dass wir genug gespielt haben. Offensichtlich. Das war prompt. Ja. Bis zum nächsten Mal. See you! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.